Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Creedfall. An der Stelle erstmal kurz ein Hinweis, heute ist ja der Part für den Donnerstag, also theoretisch der letzte Part. Da ich ja aber Probleme mit dem ersten Part dieser Staffel hatte, werde ich jetzt ausnahmsweise noch am Freitag auch noch ein Video bringen. Allerdings nicht um 16 Uhr, sondern wahrscheinlich irgendwann vorher. Ich weiß es noch nicht, vielleicht schon morgens, vielleicht schon um 14 Uhr, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch schon um 10 Uhr oder sowas morgens, das muss ich mal gucken. Aber ich will es euch nur schon mal sagen, damit ihr das wisst und dass ich das angekündigt habe an dieser Stelle, genau. Wir sind auf der Suche nach dem guten Konstantin und irgendwie ist er hier in einen Kampf geraten und mal schauen, ob wir was rausfinden. Hier liegen aber auch wieder einige Tote rum. Schauen, was finden wir hier in diesem Stein hier. Ah, verebeltes Eisenherst, sehr gut. Oh, 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 oh. Ja, natürlich wieder die Point Guard, die Groschengarde. Wen wundert's? Oh, hier stimmt. Hier können wir mal vielleicht ein bisschen gutes Eisenherz herkriegen, reines Eisenherz. Ähm, das ist ja stimmt, reines Eisenherz ist glaube ich das, das wir brauchen. Ähm. Mal gucken, wer hier angegriffen hat. Sehr interessant auf jeden Fall. Obst jemand hier auf uns einen Cousin abgesehen hatte. So, was haben wir hier? Untersuchen wir das? Ja, gute Frage. Wo sind denn hier noch mehr Kampfspuren? Folge den Kampfspuren steht da. Die Frage ist das jetzt eher nach rechts hier oder geradeaus? Hm. Schauen wir mal weiter. Ah ja, hier. Hier gibt's Spuren. Nur eine Handvoll haben es bis hier. Oh, was haben wir denn da drüben? Ein Aussichtsturm oder so? Oh, da gibt's Gegner. Oh oh, mal gucken. Was ist denn das für ein Vier? Kopf der Andrickherde. Das ist schon mal ein ordentliches Mistviech, hey. Da müssen wir ordentlich draufhauen. Oh, wow. Aber ich find's ja gut, dass die Gegner nicht nur mit, auch mit hinten irgendwie Angriffe durchführen können mit ihren Hinterbeinen oder so. Sonst wär's irgendwie auch ein bisschen komisch, gell? Wenn sie das nicht könnten. Gut, also hier haben wir auch wieder einige Sachen. Fangen wir mal mit dem Stein hier an. Gibt Kanonen hier? Ja gut, macht Sinn, gell? Wenn's Busketen gibt, machen auch Kanonen ziemlich viel Sinn. Ah, Brief. Ne, das macht echt nicht so wirklich viel Sinn. Dann wollen wir mal weiter. Was haben wir hier noch zu suchen? Gut, nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch? Wo steht denn das? Oh, Konstantin, was hast du dich wieder angefangen? Sehr gut. Wir machen ein paar Dinge. Konstantin und Katasach definitiv kamen hier zu machen, um ein gewisses Ritual. Aber sie wurden attackiert. An attack, obviously, mit wilden Tiere. Und dann gibt es diese Träße von... Inexplicable Flamen. Können Sie es magisch? Du kannst nicht erwähnen, dass meine Leute hinter diesem attack sind. You have strayed far from the path. No one would have attacked Katasach. Würde mich auch erwähnen. Unless he himself was behind it. He is a powerful Donegad. The beast obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With constant and captive. He now has leverage to apply to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. But regardless of who is guilty, I must find my cousin. We could return to Wenchavier to learn more. Perhaps Katasach returned there. Or maybe his Voglundai could tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers were involved in the combat. Or at least the end of it. They must have some stories for us. I doubt that the Alliance would have decided to openly attack their ally. Don't forget that they all their continued presence on the island to you. And thanks to you, I know. But their men were there, on the cliff. And Constantine is no longer among us. Maybe those men are still loyal to the preceding commander. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. I would also say, that's important. Hier, Briefe, gell? Die Briefe kennen wir ja eigentlich dann auch meistens alle. Ja, die kennen wir ja. Wer der Patrouille ist das vermutlich? Genau. Soldaten, positioniert euch auf der Anhöhe und achtet auf alle Truppenbewegungen in der Nähe. Wenn ihr etwas überseht, sind wir verloren. Also seid auf der Hut, okay? Ja gut, dann laufen wir jetzt hier aber zurück. Und drehen dann mit der Brückenallianz erstmal, wenn wir eh in diesem Gebiet hier sind. Das ist hier eigentlich schon die Abzweigung, die wir nehmen können, um schneller zu sein. Ja, das ist hier, genau. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, was es hier zu entdecken gibt. Und das ist auf jeden Fall eine leere Truhe. Also wir waren auf jeden Fall schon mal hier offensichtlich. Ja. Ja, ich meine, ich mache jetzt auch schon eine ganz schöne Weile, dieses Let's Play. Ich weiß gar nicht, geht schon ein Jahr, das Let's Play? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eigentlich schon eine ganz schöne Weile, das auf jeden Fall. Ah ja, hier waren wir auch schon mal. Das weiß ich noch. Genau. Also das war doch hier diese Stelle, wo mal Ewigkeiten noch versperrt war, oder nicht? Warte ich mich erinnern kann, war das so. Und dann irgendwann war doch wie magisch, so ein, wie von Magie, wie von Zauberhand, so ein, äh, der, der Durchgang plötzlich frei, gell? So war es doch, glaube ich. Ja, ja. Gut, äh, hier, glaube ich, war das genau, ja. Der war hier eben verschlossen lange Zeit. Genau, so. Gucken wir mal, was jetzt die Brückenallianz so zu erzählen hat uns. Ähm. Und auf jeden Fall, denke ich, von, äh, ja, Antworten, die wir von ihnen bekommen sollten. Hallo, Brückenallianz. Die Brückenallianz? Du musst, du hast getrennt, wenn du so weit weggekommen hast. Wem habe ich die Ehre? Desardé. Ich bin Legate der Kongregation der Merchanten auf dieser Isle. Ein Legate? Hier? Entschuldigung, aber wir bekommen nicht viele offizielle Sorten hier. Kapitän Idris. Ich bin der Ranking-Officer in charge of this Bridge Alliance Outpost. Was kann ich für dich tun, Sir? Übrigens zum Thema Soldaten und so, und dass die ja alle diese Groschen gerade haben, aber offensichtlich ist es so, dass schon, manche von denen haben ja schon auch ihre eigenen Soldaten. Also die haben hier offensichtlich ihre eigenen Soldaten bei der Brückenallianz. Äh, zum Teil zumindest, ja. Ähm, und auch, äh, Talaymi hat ja auch ihre eigenen Soldaten so ein bisschen, glaube ich, zumindest. Aber so die Tracks-Jobs, die muss irgendwie die Groschen-Garde für alle machen. Aber witzig ist, wir kämpfen sich doch dann auch mit sehr halt gegenseitig oder so. Keine Ahnung, ich check's auch nicht so ganz. Vor allem auf dem Heimatkontinent von diesen drei Fraktionen, sage ich mal. Äh, da führen die ja auch extrem Krieg gegeneinander. Die ja noch nicht ganz so heftig, aber in der Heimatwelt ja schon. Keine Ahnung, wie das da abläuft. Ist ja auch echt ein bisschen, naja. Hm. Hm. Well. Well. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the clifftop? They were monitoring the Zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping... ...and you didn't go and see for yourself. You hear screams. Certainly those of your own men. And you don't do anything. So the last of my men have their lives for nothing as well. You can think of me as a coward, if you like. But me? I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? I would say we're standing on it. Off. I understand what you're feeling. The pain of seeing your men fall one after the other. The feeling of being abandoned by your leaders. The anger. But if you know anything, speak. My cousin is not one of them. I don't know what to tell you, Excellency. I haven't stepped a foot outside camp. I am convinced that you are hiding something from me, Captain. I will return. And my answers will not anything else. We can ask again if we should give him gold. I think we should give him gold. I can see how difficult your present situation is. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one, at least? A little gold would certainly improve the morale of my men. One of the men I posted there returned during the night. Aha. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious two steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I'm sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? I need to be going. I would very much... But he's trotzdem a pfeife, the guy. Also, he's a mega unsympathic, yeah. He had us that there verheimlicht, yeah. Although he's so around from saying, yeah, I don't want to die, that the people, 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 that the people are dying and so, yeah. Aber er hat jetzt eigentlich auch nicht viel getan, muss man sagen dazu, ja. So, mal gucken. What are you doing there? This is an infirmary! I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late. What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. Wow. I know longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only white water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Also, ganz ehrlich, dieser Kollege Hauptmann ist mir maximal unsympathisch. Ähm, das erklärt zumindest, warum irgendwo hier stand doch gerade so eine Werkbank auch, oder nicht? Ich hab doch hier gerade irgendwo eine Werkbank gesehen. Ah ja. Direkt vor mir. Hm. Egal. Schauen wir mal. Äh. Bank gegen Verbrennung. Tollkirschen. Bären. Eine. Ja, wunderbar. Ausreichend. Gut, dann haben wir diesen Trank schon. Haben ja Gott sei Dank auch genug von. Und dann gehen wir hier zurück. Schauen mal, was der so zu erzählen hat. Ähm. Ähm. Wir müssen eh mit ihr reden, um ihm den Trank zu geben. Ja. 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 Ich hoffe so. Wir werden schnell genug wissen. Wir werden schnell genug wissen. Diese Potion ist extrem potent. Und wenn er überlebt, wann können wir ihn mit ihm sprechen? Komm zurück morgen, am gleichen Tag. Wir werden dann mehr wissen. Sehr gut. Ich komme zurück morgen. See you soon. And thank you again for your help. Gut. Ähm. Das bedeutet für uns aber jetzt auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier nicht warten und nicht einen Tag vergeuden, wenn wir auf der Suche nach unserem Cousin sind. Sondern wir werden uns auf den Weg machen, äh, anderen Hinweisen nachzugehen. Und dann eben, ja, bald wieder zurückzukehren. Das aber auf jeden Fall. Ähm. Trotzdem können wir uns das jetzt nicht leisten, hier erstmal ein bisschen schlafen zu gehen oder so und abzuwarten. Das werden wir definitiv nicht tun. Gut ist, da draußen ist ja jetzt auch gleich ein Reiseplatz. Wenn wir uns von da aus auf den Weg machen, andere Hinweise zu finden möglicherweise. Genau, und wir halten das ja trotzdem natürlich im Blick, dass es hier die Möglichkeit gibt, auch nochmal zurückzukehren. So. Ähm. Dann reisen wir. Ne, aber nicht hier hin, sondern Aiden Benjavier. Genau, das Dorf kennen wir ja auch. Wunderbar. Oh, wir hatten hier eine Quest. Jora hat eine Quest. Ok, sprengen wir mit ihr. Oh man, was denn nochmal? Ah, ok. Alter, wir können jetzt nicht... Jetzt geht es noch nicht. So. Achso, das wäre jetzt schon in zwei Stunden, dass ich dieses Soldat schon erhole. Ja, wir sind ja auch eine Weile reisen mussten wir hier auch eine Weile. Na ja, gut. Egal. Wir gehen jetzt mal hier rein und sprechen mal mit dem. Hier. Wunderbar. Hallo Aiden. Dann... Haben wir mit dem schon mal gesprochen. Ich rede mal über das Verschwinden. 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 Ja. Ja. Ich rede mal über das Verschwinden. Ich rede mal über das Verschwinden. Ja. 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 Wirklich diese Sache mit dem Soldaten die einzige wirklich gute Möglichkeit hier was rauszufinden. Muss ich nur grad... Sag nicht der komische... Ach der Reisestein steht hier genau da. Ja. Gut. Ähm. Dann gehen wir hier hin. Gehen zu dem Lager der Außen... Beim Außenposten der Allianz. Und schauen dann mal... Äh... Und schauen dann mal wie sich das jetzt hier... Ähm... Entwickelt und was wir jetzt da dann rausfinden. Der Typ müsste ja jetzt eigentlich aufgewacht sein. Ähm... Mal schauen. So. Gucken wir doch gleich mal. Ja. Also war das hier tatsächlich auch die richtige Spur. Und in dem anderen Dorf konnten sie uns gar nicht richtig helfen. Aber so ist es halt manchmal gell. Ja. Gut. Wunderbar. Schauen wir da mal rein. Reden mit dem überlebenden Soldaten dort. Mal... Hauen. So. Mal. So. Hallo. Ah, der ist fit offensichtlich. Naja. Hallo Soldat. Wie geht's? Besser. Ein viel besser. 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 Nee. Mmh. In unserer eigenen Sprache. So, wir waren zu sehen, was passiert. Soldaten von der Coin-Guard und ein Islander waren zu retten, um ein junger Mann zu retten. Er war schrecklich. Konstantin Katersak und seine Helden? Wer waren sie gegen? Dozens von wilden Tiere. Sie sahen komplett entwürdig, und sie verletzten sie. Und es waren Flames. Flames? Wo waren sie von? Ich weiß nicht. Wo? Meine Freunde und andere Soldaten fiel von einem nach dem anderen. Ich habe nicht alles gesehen. Es war alles Blut und Gefühle, mit Beasts und Feuer. Aber ich dachte, dass ich einen anderen Islander gesehen habe. Big. Er ist derjenige, der den zweiten Mann nahm. Es gab praktisch niemanden auf der battlefield. Ich war verletzt, und ich... Ich kam zu, wenn ich von Islandern gehört habe. Rebels. Ich dachte zu mir, sie kommen, sie kommen, um die Wounded zu verletzten. Ich bin mit schweren, und bin. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. still far from having recovered. Yes. It's best I leave now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. So, gut. Dann schauen wir mal. Müssen wir mit dem Hauptmann reden, informieren den mal noch, und danach würde ich dann einen Cut machen. Soll er aber auch nicht mehr allzu lange gehen. Mal schauen, was wir mit ihm noch Interessantes besprechen können. Excellency. I was told that you saved my soldier. Thank you. You can imagine what this means to us. Please. I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man, and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were already nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good man, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, your Excellency. Good. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit... Ah, das ist auch hier in dem Gebiet. Darin. Darin, den kennen wir doch auch oder so. Ja. Ja, in dem Dorf hier oben. Ja. Ja, das kennen wir doch hier oben. Da haben wir doch auch die anderen befreit, da diese... Genau. Mhm. Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit machen wir dann beim nächsten Part weiter. Können wir uns von hier unten da hoch teleportieren. Dann hier rüber laufen und dann mal sehen, was da so geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute. Morgen ist eine andere Uhrzeit als normalerweise vermutlich. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.